Guten Morgen, Carl. Ein neuer Arbeitstag für das Bündnis Jungbrunnen beginnt. Lassen wir die Verfehlungen der Altersdiktatur hinter uns. Macht mich auch einfach stolz, den Ring zu tragen. Auch wirklich zu zeigen, dass wir unseren Beitrag leisten. Für eine Verjüngungspolitik nach chinesischem Vorbild. Wir alle werden dafür sorgen, dass bessere Zeiten kommen. Die Alten gehen, damit die Jungen atmen können. Die Endjährigkeit wird eingeführt. Warte Nummer 42 wird aufgerufen. Es tut mir leid, also Sie müssen versuchen, mit der Restaurante auszukommen. Die Endjährigkeit hilft den Familien und entlastet die Pflegeheime. Das ist eine Abwrackprämie. Was los, Papa? Die Schulter. Was mit der Schulter? Die Schulter. Was mit der Schulter? Die Spritze. Also wegen der Medikamente. Ich kann leider nichts an der Sanktionsstufe schrauben. Es liegt einfach im Alter. Hast du jemals darüber nachgedacht, hier wegzugehen? Dann würden wir auch unsere Heimat im Stich lassen. Was hält dich denn noch hier? Warum sollte ich mitkommen? Geh rüber und tu irgendwas. Bewegt dich! Los! Der Mann ist keine 70. Wir machen ja nur unsere Arbeit. Passen Sie mal auf. Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Was ist los? Komm weg mit dem. Mit dem mit. Wir wollen heute alle über 80-Jährigen fragen, willst du die Last von den Schultern des Staates und deiner Angehörigen nehmen oder willst du einen Kampf kämpfen, der nur dir selbst dient und den du nicht gewinnen kannst? Wir wollen heute über 80-Jährigen fragen,